Und willkommen zurück bei einem neuen Let's Flash. Und zwar Let's Flash Free Ice Cream. Free Ice Cream. Wir spielen, ich glaube, dieses kleine Mädchen hier, welches auf diesen Wagen reingefallen ist. Mit dem komisch aussehenden kleinen Perversen hier. Also wir sind ein kleines Mädchen, wir sind auf Free Ice Cream reingefallen und wir müssen uns jetzt aus der Hand dieses Perversen befreien. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken. Wir spielen einfach, oder? So, wir befinden uns jetzt hier im Keller. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Mal eben da dran stoßen. Zack, schon haben wir Scherben. Oh! Oh Gott, nein! I better be quiet from now on or I'm done for. Oh Gott, okay. Was haben wir denn hier? It's a pile of rubber. There's nothing I can use for it. Okay, aber hier sind Scherben. Maybe I can cut myself loose with that glass. Schlaues Mädchen. Und? Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. The cupboard seems rather easy to move. Ja, dann move das doch mal. Hier hin. Deswegen sollst du doch schieben, Schatzi, genau. Oder ziehen oder sonst irgendwas. Genau. So, und jetzt? Kletter da mal hoch. Brav. Oh oh, das war laut, oder? Oh Gott, da schnell, 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 schnell. Ah! Verstecken. Ah, jetzt denkt ihr, ich bin da oben drin abgehauen. Ja, wo war ich denn da? Ah! Nein! Bitte schön! Nein, nein, nein! Ah, okay. Also da komme ich jetzt nicht mehr hoch. Glaube ich. Oh Gott, ich habe ein bisschen Schiss. Gehen wir mal da oben hoch jetzt, ha? Oh Gott, da ist so ein Treppenlifter. Okay. Gehen wir mal weiter hier. Schauen wir mal, wie wir hier rauskommen. Luken hier mal rein. Ah, eine Katze! Der Telefon, aber das ist wahrscheinlich tot. I can't use the phone, the wire is cut. Mal dem Tierchen das Spielzeug wegnehmen. Jetzt böse. Fucking nasty animal. Na! So ein kleines Mädchen, aber... 1977, ne, ist er hübsch. Keine Ahnung, wer da wieder für herhalten musste. Oh Gott. Wahrscheinlich die falsche Richtung zum Verstecken, oder? Nein, hier. Oh nein! Nein, 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 nein! Game over. Tja! Das war's wohl nicht. Da muss man immer wieder von vorne anfangen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber... Versuchen wir natürlich weiterhin. So, jetzt schimpft der erstmal wieder, ne? Hey! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Ja, ja! Tu mich hoch! So, schneiden wir uns los. Das war ja richtig. So. Müssen wir uns das, glaube ich, anschauen. So, dann das Schieben. There's blood all over the wall. So, dann benutzen wir das nochmal, um da hochzuklettern. Die Geräusche, süß. Almost. Oh! Ups! Hey! Nein, schnell verstecken. Halt yourself. Der mit seinem Holzbein. Doch, doch, doch. So, schnell hinterher. Dann gucke ich mal jetzt erst in den anderen Raum. Ich gehe mal hier lang. In der Hoffnung, dass der halt nicht hier in dem Raum, sondern nur so ein weiter ist. Ah, Küche. Oh, super. Die ist abgeschlossen, so wie es aussieht, weil da so ein Schlüsselding dran ist. Das könnte wützlich sein. Ich hoffe, ich muss mal eben was umjustieren. Moment. Moment. So, damit ich auch sicher bin, dass ich gleich alles auf der Aufnahme drauf habe. A box of cat food I can get it when it's all the way up there. Okay, dann nehmen wir doch einfach den Stuhl dazu. Genau. So wie da auch immer die Kekse klaus, ne? Wie der bricht jetzt zusammen. So, cat food. So, mach mal. Einfach red poison mit cat food kann man irgendwie nicht machen. Ich muss erst wieder runterklettern. So, kann ich das nicht irgendwie vermixen? Ah! Dann mach mal das dazu. Okay, dann mach das erst mal da rein. Und dann das. Oh! Ih, ih, ih. Ja, ja. Genau. Scheiß mir die Küche voll. Ist das so, wenn Katzen verrecken? Ich meine, ich bin Katzenfreund, aber... Was ist das denn? Ach, ein Staubwedel. Ah, damit kann ich doch die Spinnenweben wegmachen, ne? Isn't that right? So, dann... Geh ich nochmal hier raus. Schön die Spinnenweben. Die schweben jetzt so unter meinen Händen, aber ist egal. Typ, 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 typ. So, Living Room. Können wir den irgendwie rausnehmen? Hallo? Ach so, gedrückt halten. Basement bin ich hier, oder? Okay. Oh Gott, wenn ich das gleich alles nochmal machen muss. Das doesn't have any effect. Ach, Basement ist Keller. Ich bin ja doof. Ähm, dann ist das hier bestimmt Hall. Bisschen nervös bin ich, ja? But I'm not going up until there's light upstairs. Hä? Wie soll ich das denn machen? Ich hab doch nur eine... Eine Sicherung. Moment, ich geh nochmal was gucken. Das Telefon funktioniert nicht. Hier ist nur Nummer 1977. Weiß ich nicht, ob mir das überhaupt mal irgendwie eine Hilfe sein wird. Ich glaub nicht. Da kann ich mich hinter verstecken. Okay. Ist jetzt aber gerade nicht nötig. So, die scheiß sich da immer noch voll. The keypad doesn't work. It has no power. The freezer. Okay, okay. Komische Konstruktion, dieses Haus. Ja, 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 ja. Gut, ich hab ja nur eine Sicherung. Dann mach ich jetzt doch erstmal hier Kitschen. So, klick, klick. Ich seh ein bisschen... Oh, tatsächlich, sie läuft schneller, aber ich doppelt klicke. Das ist gut zu wissen. Klick, 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 klick. Aber noch schneller, nicht? Da. Eins, neun, sieben, sieben. Tatsächlich. Ich bin so schlau. Ihhh. Okay, da ist nix drin. Passiert auch nix. Was ist hier mit? OMG. Oh nein. Ihhh. Oh Gott, das sind Säcke. Das ist nur Fleisch. Das sind Säcke mit kleinen, toten Mädchen drin. Lilly. Ja, das Mädchen vom Anfang auch, das andere Mädchen. Oh Gott. Das ist ja eklig. Nehme mal den Schlüssel und mach das auf hier. Das ist bestimmt ne... Another fuse, siehst du? Sehr gut. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ziemlich voll den Umweg. Wo ist denn der Typ? Wenn der da durchgekommen ist. Uiuiuiuiuiui. Jetzt bin ich soweit gekommen. Warte mal. So, dann brauche ich erstmal Haul und Second Floor. Gut, jetzt ist da oben Licht an. Dann benutzen wir jetzt mal den lila Lift. I'm out of here. Ins Licht hinauf. Oh Gott, ich traue mich nicht. Ich möchte abspeichern, bitte. Ich gehe einfach mal in Tür 1, was? The door is locked. I think this is the bathroom. Okay. Notausgang. Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl, wenn ich über den Teppich gehe. Das war so klar. So, und jetzt? Oh Gott. Muss ich mich jetzt verstecken? Ich weiß das nicht. Oder ist der jetzt K.O.? Ich weiß nicht. Ich kann ja nichts tun mit dem hier, ne? Ich kann ja nichts tun mit dem hier, ne? Yay! We're free! Yay! Ja gut, das war's schon. Nettes kleines Spiel. Ist einigermaßen spannend gewesen jetzt. Ja, nette kleine Unterhaltung für zwischendurch. Wer spielen möchte, den Link setze ich wie immer in die Videobeschreibung. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Über Kommentare oder einen Daumen hoch oder vielleicht sogar ein Abo würde ich mich freuen. Ihr könnt mir auch gerne Vorschläge zu anderen Flash Games machen. Und ansonsten sage ich einfach, bis zum nächsten Mal bei Let's Flash. Bis dann. Ciao! 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 Ciao!